Beim Schreiben macht man klassische Fehler. Nennen Sie ein oder zwei solche Fehler und wie man diesen ausweichen kann. Also die Studierenden machen natürlich Fehler. Das ist auch in Ordnung. Wir sind alle oder die Studie sind im Lernprozess, wobei ich sagen muss, ich lerne auch immer wieder neue Sachen und das ist auch das Angenehme an unserem Job, dass wir nicht nur alte Sachen immer wieder wiederholen, sondern dass wir auch neues Wissen lernen. Welche Fehler machen die Studierenden in den Arbeiten? Also ich glaube, es kommt auch auf den Typ der Arbeit an. Ich kann sagen, dass die Fehler in den Pro-Seminararbeiten auf jeden Fall anders sind als in den Bachelorarbeiten. Was mir jetzt einfällt zum Thema Fehler, wäre vielleicht der logische Aufbau. Das ist der bereits erwähnte rote Faden. Es kommt immer wieder vor, dass die Arbeit nicht unbedingt der Fragestellung angepasst wird. Und das heißt, ich gehe davon aus, man hat eine Fragestellung und diese Fragestellung bestimmt auch den Aufbau der Arbeit. Und es kommt immer wieder vor, dass es eben keine Synergieeffekte zwischen der Fragestellung und dem Aufbau der Arbeit gibt. Da kann man aber den Studierenden sehr einfach helfen. Und zwar ist es wichtig, dass sie mit dem Betreuer, mit der Betreuerin der Arbeit sprechen. Dass dieser Aufbau der Arbeit auch immer wieder besprochen wird, intensiv besprochen wird. Und dass die Studierenden sich auch trauen, in die Sprechstunde zu kommen oder die die Lehrenden per Mail zu kontaktieren. Und vor allem in den ersten Phasen oder in den ersten Phasen des Schreibens muss ein intensiver Austausch auch mit anderen Studierenden und auch mit dem Lehrenden oder der Lehrenden stattfinden. Das wäre also der Weg, den ich den Studierenden empfehlen würde. Also, sie sollen intensiv mit den anderen kommunizieren, weil sie dann merken und sehen, es geht auch den anderen so. Ich bin nicht der Einzige, der diese Schwierigkeiten hat, sondern auch die anderen haben Probleme beim logischen Aufbau der Arbeit. Das wäre das Erste. Und zweitens, und das kommt sehr oft vor aus meiner Sicht, das ist so eine fehlende Verbindung des Theorie-Teils mit dem Empirie-Teil. Ich lese immer wieder Arbeiten, in denen ein sehr guter Theorie-Teil drinnen ist. Ich denke mir, ja, super recherchiert, super aufbereitet, alles logisch aufgebaut. Dann wird eine empirische Untersuchung durchgeführt und am Ende, im Fazit, wird die empirische Untersuchung ausgewertet. Aber ich merke dann keine Spuren von dem Theorie-Teil. Also, man sieht in dem Fazit nichts vom Theorie-Teil. Und sowas darf nicht passieren. Sowas kann nicht passieren. Es ist ganz wichtig, dass man die Theorie, die man so gut im theoretischen Teil ausgearbeitet hat, noch einmal im Fazit aufgreift und dass man eben diese Verbindung herstellt zwischen der eigenen empirischen Arbeit und dem Theorie-Teil. Was sind die häufigen Fehler bei der ersten schriftlichen Arbeit? Ja, da kommen sehr, sehr viele Fehler vor. Also, das sind Fehler sprachlichen Charakters, also die Vermischung der Alltagssprache mit der Wissenschaftssprache. Also, die sprachlichen Register sind noch nicht so, sagen wir mal, ausgereift. Und also, zum Beispiel, dieser Fehler kommt dann in den Masterseminaren, also in den Masterseminaren sehr selten vor. Da weiß man schon, okay, dieses wissenschaftssprachliche Register ist schon gut entwickelt und die Studierenden haben selten Schwierigkeiten mit der Wissenschaftssprache. Wobei das auch immer wieder vorkommt, aber jetzt verglichen mit einem Pro-Seminar, mit einer Pro-Seminar-Arbeit, also, da kommen diese Fehler viel öfter vor. Also, das ist wie, ich würde sagen, wie beim Autofahren. Das Autofahren lernt man auch durch das Autofahren und das Schreiben kann man auch durch das Schreiben lernen. Wenn man nicht schreibt, dann kann man auch nicht davon ausgehen, dass man gut schreiben wird. Es gibt sicherlich talentierte Studierende, die damit überhaupt kein Problem haben, aber es gibt zahlreiche Studierende, die einfach sehr viele Texte gelesen haben müssen, damit sie auch wirklich etwas imitieren können, damit sie auch ihr eigenes wissenschaftssprachliches Register ausbauen können. Ja, ein großes Problem bei wissenschaftlichen Arbeiten von Studierenden ist oft, dass die Fragestellung nicht präzise genug formuliert ist. Oft findet man zu allgemeine Fragestellungen überhaupt, zu ungenaue Fragestellungen oder nicht genug eingegrenzte Fragestellungen. Gleichzeitig ist oft auch ein Problem, wirklich das Politikwissenschaftliche herauszufinden. Also, was ist eine politikwissenschaftliche Fragestellung im Unterschied zu einer soziologischen, einer medienteoretischen oder einer psychologischen Fragestellung? Das muss man sich sozusagen aneignen, aber man studiert ja Politikwissenschaft, weil man sich für Politik interessiert. Also, das heißt, es kommt auf das jeweilige Politikverständnis an, was eine politikwissenschaftliche Frage ist. Und das wird natürlich in den verschiedenen Teilgebieten eben genau definiert. Und da gibt es einen Kernbestandteil, wo es relativ Konsens gibt, was alles noch Politik ist. Aber da gibt es dann natürlich auch Randbereiche, wo das fraglich wird, ob das noch Politik ist oder ob das schon eine allgemein gesellschaftliche Fragestellung ist oder eine, die mit den Medien zu tun hat. Da muss man im Einzelfall eben dann gut begründen, worin dieser Politikbezug besteht. Also, das muss man einmal quasi für sich selbst herausfinden, welche Art von Politikbegriff man verwenden möchte. Und daraus kann man dann ableiten, was eine politikwissenschaftliche Fragestellung ist. Wenn man das gemacht hat, steht man aber immer noch vor dem Problem, dass dann einen meist viel mehr interessiert und man die großen Fragen der Welt lösen möchte. Und das gelingt natürlich nicht, weil die Gefahr dann sehr groß ist, dass man sich in Allgemeinplätzen ergeht oder die nur sehr oberflächlich die Fragestellung behandeln kann. Also, das heißt, die große Herausforderung ist, die Fragestellung einzugrenzen. Und das beste Gegenmittel dazu ist, am besten sich zu überlegen, ja, was ist denn eigentlich schon alles beforscht worden? Was interessiert mich an diesen bereits vorhandenen Forschungen? Und wo ist vielleicht ein kleines Steinchen, das ich noch dazufügen möchte? Also, um ein Beispiel zu geben, wenn ich die Rolle der nationalen Parlamente im europäischen Integrationsprozess mir ansehen möchte, dann ist das natürlich eine viel zu große Fragestellung. Die muss ich räumlich, zeitlich einschränken. Also, dann schaue ich mir halt einen Fall an, schaue ich mir das österreichische Parlament an. Natürlich ist auch das noch viel zu groß. Da muss ich, kann ich vielleicht eine zeitliche Einschränkung machen. Dann schaue ich mir nur die letzten paar Jahre an oder eine bestimmte Periode an. Aber auch das ist natürlich noch viel zu groß als Fragestellung. Dann schaue ich mir vielleicht nur ein Instrument an, das vielleicht gerade durch einen neuen Vertrag eingeführt worden ist, eine neue Möglichkeit, wo das Parlament, das Nationalparlament mitwirken kann. Zum Beispiel in der Subsidiaritätskontrolle. Und dann schaue ich mir ein Beispiel an. Hat das Parlament diese Möglichkeit wahrgenommen und was ist da alles passiert? Also, dieses laufende Einschränken ist das beste Mittel gegen eine zu allgemeine Fragestellung. Okay, also die zwei häufigsten Fehler, die zwei klassischsten Fehler sind fehlende Zitationen. Man lernt in der Schule viel zu interpretieren und zu schreiben oder auszuschmücken. Aber man lernt nicht, dass alles, was schon mal jemand an Wissen generiert hat, das auch so zu würdigen, dass ich dem das zuschreibe. Das heißt, ich muss richtig zitieren, indirekt oder direkt. Und das zweite ist eine Sache, die mit dem ganzen digitalen Wesen aufgekommen ist, ist Copy-Paste. Ich gehe ins Internet, suche mir irgendwas raus, kopiere das, paste das rein und lasse es einfach so stehen. Also es ist irgendwie so dieser sorglose Umgang mit Daten und Wissen, das schon vor dieser Person generiert worden ist. Wie weiche ich aus? Ich informiere mich, ich kommuniziere und genau, wir haben auch eine Veranstaltung, wo es eben darum geht, die Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens oder wissenschaftlichen Schreibens mit den Studierenden durchzugehen. Oder auch wie gesagt, im persönlichen Gespräch kann man gerne jederzeit kommen und fragen, mache ich das richtig? Wie zitiere ich richtig? Also da sind wir immer offen dafür. Also klassische Fehler in den Ausarbeitungen der Studierenden. Na ja gut, da gibt es natürlich eine gewisse Bandbreite, es kann schon was schiefgehen auch. Es ist nicht so einfach, so eine Arbeit zu schreiben. Ich glaube, der häufigste Fehler ist wohl, dass Studierende versuchen, zu viel in ihre Arbeit zu packen. Das Studium der Mathematik ist ein äußerst intensives Studium. Es ist keineswegs das leichteste, sondern das schönste. Und es wird sehr, sehr viel geboten. Und die Studierenden, meistens gelingt es, ich hoffe, dass es gelingt, lassen sich mitreißen und begeistern und versuchen, das dann nachzumachen und irgendwie in ihrer Bachelorarbeit manchmal eine, wie soll ich sagen, ein Lehrbuch zu imitieren. Das geht aber nicht in der Kürze der Zeit. Und das ist auch nicht gefordert. Eine Bachelorarbeit hat bei uns typischerweise so 25, 30 Seiten. Da kann man einfach nicht enzyklopädisch den ganzen Sachverhalt genau von Anfang bis Ende schildern. Man muss auswählen, man muss sich fokussieren auf etwas. Und aus meiner Sicht, das ist ein häufiger Fehler, den manche Studierende machen, dass sie nicht darauf achten, die Sache eng zu führen. Dass sie sich ein bisschen verzetteln. Und da muss man dann sagen, passen Sie auf, lassen Sie das lieber weg. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Das wird für die Bachelorarbeit auch reichen. Und die Studierenden sehen dann ja auch, auch diese Engführung, auch diese Fokussierung. Die Bachelorarbeit wird trotzdem lang genug. Das funktioniert. Das ist ein typischer Fehler, den man am Anfang macht. Man glaubt, man kann bei Adam und Eva anfangen und alles präsentieren in einer Bachelorarbeit. Und das geht aber nicht in aller Regel.